Da treffen sich zwei Jungs, da sagt der ein und der andere so, ich kann machen, was ich will. Ich bring die schönsten Mädchen nach Hause, eine schöner wie die andere, und meine Mutter, die ekel die alle raus, hat der andere gesagt. Du sagst was, probier doch mal, dass du einen nimmst, die aussieht wie deine Mutter. Hab ich doch alle schon probiert, die hat der Vater rausgeschnitten.